Auf der To-Do-Liste stand das letzte Mal, wir müssen unseren Panzer reparieren, Schatz. Oh, das hast du sehr gut aufgeschrieben, Dennis. Habe ich mir über eine Woche hinweg gemerkt und mir gerade nochmal das Ende des letzten Videos angeguckt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir nehmen mal Claudia als erstes und reparieren mal den Panzer. Das wollten wir machen? Ja, tatsächlich. Sie wird beschissen. Kannst du nicht von hinten ran? Das ist verschissen. Entschuldigung. Wir hätten dich was trinken sollen. Oh, das bringt ja fast gar nichts. Du Scheiße. Wir müssen öfter den Panzer reparieren, glaube ich. Okay. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, man würde den dann immer komplett machen. Nee, komplett war es nicht. Also es war schon ein Amount sozusagen an Punkten. Also eine gewisse Zahl. 1000 oder 800 oder so. Aber es hat bisher fast immer gereicht, weil er immer nur so ein Drittel beschädigt war. Und dann war er wieder voll. So, genau. Wir haben jetzt hier einen Panzer stehen, der praktisch noch keinen Schaden hat. Ja. Wir wollten hier hinten rum. Wahrscheinlich wäre es auch ganz gut, wenn wir jetzt hier, nachdem wir hier alles gesäubert haben, rechts, also sowohl diesen Typen, also dieses Fragezeichen, als auch hier zu diesem Bunker, dass wir dann irgendwie mit einem Lancer von hinten diesen Panzer knacken, weil der ja ganz schön heftig ist. Dann würde ich jetzt erstmal versuchen, vielleicht hier weiterzukommen, oder? Ja, na, wir hatten noch keine Rauchbombe, ne? Wir hatten einmal eine Rauchbombe hierhin gepfeffert und dann hat aber... Dann hatten wir mit einem Lancer geschossen. Nee, mit einem Scout haben wir eine Granate geschossen. Eine Granate und dann war es weg. Ja, genau. Der ist aufgelöst. Wir könnten jetzt, aber wenn wir den Panzer nehmen jetzt gerade, es sei denn, es geht nicht anders, dann würde ich schon lieber auf irgendwie den Panzer oder den Dings schießen, den Bunker oder irgendwie sowas. Also weil die Panzer, das ist ja doch schlimm, also die Rauchbombe kommt mir wie eine Verschwendung vor, so ein bisschen, wenn es nicht nötig ist. Die Rauchbombe müsstest du ja, wenn du auch mit dem Panzer schiebst. Nee, der hat die nicht. Achso, der hat die nicht. Nur der Edelweiß hat die. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Mit dem können wir dann auf Bunker oder sonst was schießen. Ja. Ich würde jetzt erstmal nochmal gucken, hier steht ja irgendwie noch einer, glaube ich. Ja, ja, genau. Da wurde es vorgezeichnet. Das ist halt die Frage, ob wir da mit Alicia vielleicht irgendwie was machen können. Ohne, ich weiß es nicht, der steht wahrscheinlich in Deckung, ne? Also, ich meine, ich denke, der Level ist doch so designt, dass man diese Rauchbomben benutzen soll. Also würde ich dir auch einfach, so blöd das jetzt klingt, einfach stupide diese Rauchbomben benutzen. Dann nehmen wir jetzt eine Rauchbombe. Okay, so, also wir werden jetzt hier beschossen aus allen Richtungen. Der Typ, nur dass wir es verstehen, ich zeige gerade auf dem Bildschirm, der steht da hinten hinter dem Turm, hinter dem Hügel und hinter dem Hügel ist ein Weg und dahinter steht der, glaube ich. Und da müssten wir jetzt ja die Rauchbombe hinschießen, damit Alicia da durchkommt. Weißt du? Oder wir schießen ein bisschen weiter nach da vorne da. Ja, aber dann kommt ja vielleicht Alicia da auch nicht durch. Also, na, wir macht halt der Typ Sorgen, der da steht, dass der sie jetzt beschießt, sobald ich sie nehme, weißt du? Der dahinter, hinter dem Hügel. Ja, 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 schon klar. Den würde ich jetzt vernebeln wollen, damit sie da weiterkommt. Weil sie ist momentan unser wichtigstes Asset, wie man so schön sagt. Weil mit ihr können wir jetzt hinten an den Bunkerrand den zerstören, kann dann alles säubern. Ja, wir müssen da ja aber auch einen Lancer vorziehen. Also, wir können ja nicht mit Alicia da alleine irgendwas machen. Ne, aber bis dahin müssen wir erstmal den Weg freimachen. Und deswegen, glaube ich, ist es eigentlich halt irgendwie... Wir können auch da eine Rauchbombe hinschießen. Ich bin da offen für alles. Dann machen wir da eine Small Bomb. Wir probieren das jetzt mal. Hier so? So Mitte? Also irgendwie hier? So, dass der Bunker und der Panzer da nicht durchbucken können? Ja. Weil wir müssen ja sozusagen den Blickwinkel nach rechts für die versperren. Zu den Panzern ist ja erstmal egal. Ja. Ich würde jetzt dem Edelweiß sowieso hier hinter die letzte Deckung fahren, damit der nicht von dem Panzer mehr beschossen wird. Da, wo jetzt unser Ingenieur steht. Soll ich das dann hier irgendwie so? Okay. Ich mach das jetzt einfach mal. Wir probieren das. Wir haben ja gespeichert. Im schlimmsten Fall machen wir alles nochmal. So. Es wäre wirklich ein schlimmer Fall. Ich würde jetzt versuchen, mich hier irgendwie zu drehen. Ja. Und dann jetzt hier zurück... Oh, zu weit gedreht. Scheiße. So. Und dann so, dass wir halt wirklich... Ja, ist ja gut. Ach, Mann. Dieses Rückwärtsfahren ist ein Scheiß mit dem Panzer. So. Jetzt, das müsste ja gehen. Da dürfte er ja nicht mehr von dem zu erwischen sein. Von dem großen Panzer. Der ist ja echt eine Gefahr dahin. So. Dann... Gut, hier ist jetzt Rauch. Das heißt, Bunker und Panzer dürften uns nicht mehr sehen. Das heißt, nur noch hier der Typ. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir den so wegkriegen. Ansonsten nehmen wir da vielleicht den Sniper oder so. Oder wir laufen einfach da durch. Durch den Rauch. Und gehen von hinten an den Rand. Können wir auch machen. Weil da ist jetzt wirklich Rauch, ne? Da ist jetzt Rauch. Hier könnten wir... Ach, guck mal. Hier ist doch super. Genau, da sitze ich, wenn ihr nicht... Können wir da eine Granate schmeißen eigentlich. Nein, nicht die Granate. Aber wir sind nicht im Rauch. Das löst doch nur die... So bringt es uns nichts. Weil der ist... Der braucht dann 30 Schuss. Okay. Wir müssen die Deckung wegbekommen. Oh Mann, das ist... Okay, das finde ich jetzt echt bescheuert. Wenn man von hinten mal einen Gegner ranlaufen kann und der ist in Deckung. Dann macht gar keinen Sinn, dass der da trotzdem noch 30 Lebenspunkte hat. Ja, aber die Granate dürfte den Rauch nicht auflösen, weil wir 10 Meter vom Rauch entfernt sind noch. Ich hoffe. Ich gehe mal hier nochmal in Deckung. Der Rauch ist noch da. Alles gut. Dann mache ich den jetzt tot, oder? Ja. Sie hat jetzt nur keine Granate mehr. Vielleicht war es jetzt so rum, ja. Er guckt ja gerade in die andere Richtung. Genau. Der ist nämlich ein Trottel. Das gibt es doch nicht, Alisha. Die trifft doch sonst alles. Und jetzt tötet er sie, oder was? Aber knapp. Mann. Ja, wir müssen eh Leute nachziehen. Lass uns jemanden nachziehen und dann mit dem draufschießen. Dann sollen wir dann jemand anders nehmen. Also den Lancer jetzt noch nicht, weil das bringt ja jetzt gegen den Typen nichts. Das ist jetzt unsere vorrangige Aufgabe. Ja, aber es ist doch egal. Ich meine, wenn wir jetzt eh nur einen Lancer holen, dann können wir auch nochmal eine Granate auf ihn schmeißen. Ja, der Lancer hat aber keine Granate. Achso, der hat nur die Lanze. Also wir können dann mit der Lanze auf ihn schießen. Können wir auch machen. Ja, ich denke halt nur, ich denke halt nur, er ist, also er muss da ja, weiß ich nicht, wie oft laufen. Wenn wir jetzt nicht schon mit ihm vorlaufen. Ja, wir sollten mit dem mal anfangen irgendwann. Du hast schon recht. Ähm. Was hat der nochmal? Wir können ja noch einen Scout auch eigentlich nachziehen, oder? Ja, ja. Genau. Das können wir auch machen. Können an ihn ranlaufen, mit einer Lanze versuchen zu schießen. Du kannst bestimmt noch ein bisschen ran, oder? Ach, ich hab sowieso. Bisschen, bisschen mehr nach links vielleicht ran, damit du besser in Deckung gehst. Aber hier werde ich jetzt beschossen, genau. Da stand ja ungefähr Alicia. So, jetzt triff. Ja. Schön in die Wand genagelt, den Typen. Okay. Sehr gut. Dann stellen wir ihn mal so weit wie möglich hin. So. Sollen wir dann noch einen Scout holen? Ähm. Wie viele Schuss hat Klage noch? Äh, drei. Achso, wegen Ingenieur. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir Ingenieur jetzt... Ich würde schon noch den zu Ende reparieren, weil der Mission ist ja verloren, wenn der kaputt geht. Naja, oder reparier den und lauf dann mit dem Ingenieur hin. Du hast recht. Das ist sehr, sehr klug. Du bist so klug. K-U-K. Klug, klug, klug. K-L-U-K. Ach, du bist mehr als K-L-U-K. Du kriegst sogar noch ein zweites U, wenn du möchtest. Oder noch ein C vor das K. Vor das Zweite. K-L-U-C-K. So klug bist du. Ähm, so. Ja, lauf mal bei allen vorbei. Achso. So weit ging's. So weit komm ich. Ja. So, das ist das. Jetzt ist die Frage. Die Bunker, da konnten wir irgendwie von hinten irgendwas durch die Tür. Oder irgendwie so, ne? Ja, von hinten schießen oder vorne durch den Schlitz. Genau, vor durch den Schlitz. Das haben wir schon ein bisschen bei dem Bunker hier. Der ist, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, der ist schon nur noch, hat nur noch halbe Energie. Halb, genau. Da habe ich es ja mal reingeschossen. Genau, dann versuch doch mit Lago hinzulaufen, oder? Ja, das schaffe ich natürlich nicht ganz. Ähm, ich beleg' halt, ob ich vielleicht bis zum Bunker komme, also mit zweimal laufen. Einmal wird nicht reichen. Ja, das, oder, hmm. Ne? Aber die kann halt auch nicht mehr so weit laufen, also bringt das auch nichts, der auch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch eine Granate, also halfen Granaten, wenn man sie draufgeworfen hat. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht... Weil dann könnten wir Alice ja aufladen, ähm, und... Naja, aber es bringt ja nichts. Sie hat ja kaum noch Laufreichweite, die kommt nur noch 10 Meter weit. Also sie hat nicht... Also sie hat jetzt, das mit der Munition kriegen wir hin, also wir könnten jetzt noch einen anderen Scout nehmen, oder mit ihm halt noch zweimal laufen, da kommen wir, glaube ich, auch hin. Ja, ich habe nur Angst, dass er dann da ungeschützt ist. Ja, die Angst habe ich auch ein bisschen. Ähm, ja, ich meine, wir haben noch 5 Punkte. Ich meine, wir benutzen jetzt diese Runde eh nur noch die Infanterie, oder? Also weil die Panzer, Panzer brauchen wir vielleicht nächste Runde wieder, um nochmal Rauch zu machen, oder so. Ähm, auf den Bunker würde ich jetzt nicht, der ist jetzt gerade noch nicht so wichtig. Ja, ja, genau. Da könnten wir, da haben wir ja vorher... Da müssen wir erstmal rumkommen. Genau. Erstmal sind hier hinten diese ganzen Sachen wichtig. Und das heißt, wir haben jetzt noch 5 Mal laufen, das heißt, wir könnten jetzt auch noch 1, 2 Mal mit einem Scout irgendwie da hinten hinlaufen, eine Granate versuchen, oder so. Irgend so ein Random Scout ist jetzt weniger wichtig zu überleben, dass der überlebt, als Lago. Also, wollen wir es damit mal probieren, dann können wir ja immer noch mit Lago, wenn das nicht geht, mit der Granate. Ja. Na komm, wir probieren das jetzt. Aber dann sollten wir trotzdem schon mal aufladen, oder? Mit Claudia? Die, ähm, ja, ja, das stimmt, du hast recht, die Munition sollten mal auffüllen. Okay, so, da muss man aufpassen, hier ist eine Miene. Ach, guck mal, da hinten ist... Und das Ragnite, was man da... Das ist das Ragnite. Das müsste man eigentlich dann ganz gut mit einer Granate... Oh, da ist ein Gegner dahinter. Aber ich weiß nicht, ich stehe, glaube ich, zu nah, oder? So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Explosionsschaden... So ein bisschen gab's, glaube ich. Gut, das müsste jetzt aber gehen. Ja. So, an sich müsste mehr belohnt werden, dass man hier von hinten ran gelaufen ist. Ja, genau. Uh, da ist der Rauch weg, ne? Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht. Kann ich hier in Deckung gehen? Naja, gut, der ist tot. Ja. Keiner bei Deckung hier. Ja, ist echt scheiße, dass der Bunker, dass die Ruine keine Deckung bietet. Dabei ist es genauso schön als Deckungsruine irgendwie. Ah, gut. Aber damit ist der Bunker schon mal weg. Das ist schon mal gut. So, das heißt, wir könnten jetzt aber wieder hier nochmal Rauch hinfeuern, so ein bisschen. Na, aber... Oder wir... Ja, aber dann ist es wieder eine Panzerbewegung, wo wir zwei Punkte verloren haben, dafür, dass es nicht mehr viel bringt. Oder wir schießen mit Oskar auf den Trooper hier hinten und... Ja, aber der ist geschützt. Der ist geschützt. Ja, crouching. Ah ja, der ist crouching. Die sind beide geschützt, ne? Die sind beide crouching. Wir könnten auch mit dem Panzer die versuchen... Naja, aber der Mörser kommt nicht so weit, glaube ich, vom Panzer. Ach, das ist alles schwul. Ich habe auch das Gefühl, dass er nicht so weit rauskommt. Schwierig alles. Also wir müssen ja irgendwas machen, um hier weiter nach hinten zu kommen. Also wir erstmal Claudia mit Claudia hier die Beinen aufladen. Ja, sie kann ja dann nochmal gucken, was da abgeht. Vielleicht kann sie ja nochmal irgendwas sehen da hinten. So, die haben jetzt hier wieder Muni. Ach so, und ich kann Alicia heilen mit Claudia. Weil wir schon mal dabei sind. Das ist doch ganz gut. Ja, das ist eine gute Idee. So. Dann muss sie das nicht selber machen. Alicia ist da ein bisschen wertvoller jetzt gerade, was das angeht. Dass die dann kämpfen kann gleich. So, dann kann Claudia jetzt hier noch zwei Schritte gehen. Kann auch die Mine entschärfen vielleicht irgendwann. Ja. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir noch drei Punkte. Jetzt ist die Frage, ich könnte jetzt, Alicia kann nicht mehr so weit laufen. Müssen wir noch die Mine wieder herholen? Und da haben wir gerade alle. Mir kommt das nur gerade so leer vor, so wenige Leute. Ja, wir haben sechs von acht. Also wir könnten noch irgendjemanden, wir könnten uns noch einen zweiten Ingenieur holen, damit einer mit hinterläuft, immer mit zum Auffüllen der Munition und einer hier vorne die Panzer repariert. Ja. Das wäre vielleicht noch, das können wir doch machen, oder? Ja. Dann nehmen wir jetzt hier Homea. Nein, ich überlege gerade, ob wir noch einen Lancer haben. Aber andererseits, Lancer sind immer doof, weil die so lange, die brauchen so lange nur zum Laufen. Ja. Ja. Vielleicht holen wir den erst, falls Lago irgendwie umkommt. Ich hole jetzt einmal noch Homea und dann ist gut. So. Ähm. Ja, ist die Frage, was wollen wir mit den Zeitpunkten machen? Wir können sie auch aufsparen. Die können alle nicht mehr laufen hier bis auf Lago. Der kann noch ein bisschen, aber der kommt ja auch nicht. Das sind alle Fußlahm, diese Leute. Ja, wir sollten uns aber wirklich mal langfristig überlegen, was machen wir jetzt hier hinten? Also die sind in Deckung, wir kriegen die mit dem Scharfschützen nicht tot deswegen. Der Panzer steht im Weg, der schießt auf alles, was da in die Nähe kommt. Naja, Rauchbombe. Rauchbombe, ne? Rauchbombe, ja. Nächste Runde Rauchbombe. Und dann durchrennen und, ja, aber dann müssen wir die Rauchbombe wieder dingsen, ne? Weil, zerstören. Was heißt dingsen? Zerstören. Den Rauch wegdingsen. Ja, wir können doch die, wir wollen doch diese Menschen da umbringen. Die können wir doch erschießen. Ne, aber die stehen in Deckung. Das dauert ewig, die in Deckung zu erschießen. Da brauchen wir vier, fünf Punkte für. Weißt du, die brauchen, hast du ja eben gesehen, die brauchen 30 Schuss auf den Kopf, wenn die in Deckung stehen. Also wir müssen die Deckung erst zerstören, bevor wir sie angreifen. Anders geht's nicht. Und das geht nur mit einer Granate oder mit einem Mörser oder so. Und das wiederum zerstört den Rauch. Wenn die im Rauch stehen. Wenn wir den Rauch nur über den Panzer schießen. Also hier vorne eher so hin. Also hier unten. Da so. Hier vielleicht. Dann stört das nicht. Weil dann können wir so in den Rauch reinlaufen, die Granate dahin werfen und dann wird der Rauch hoffentlich nicht vertrieben. Naja, machen wir aber nächste Runde hier, oder? Ja. Komm, wir beenden jetzt mal die Scheiße. Das wird ja eh nichts mehr hier. Mit uns beiden. Oh, was macht der Gegner? Ah, viel zu viel. Reinforcements. Aber nur Requested. Da ist noch nichts. Wenn wir das nächste Runde erobern, dann ist alles gut. Oh, 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 Gott. Nee, jetzt komm. Oh, ernsthaft? Durch den Turm durch. Ich war der festen Überzeugung, sie steht da sicher. Ja. Och, ihr seid doch alle blöd. Also wir sind blöd, weil wir sie da hingestellt haben. Naja, aber... Ja, komm, jetzt gleich den nächsten auch noch. Natürlich. Ah, den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ja, ich die ganze Zeit. Ja, sonst hätten wir den ja locker mit einem Punkt nochmal runterholen können. Also ich hab den komplett vergessen. Weil wir den ja diese Runde nicht benutzt haben. Und das ist schon eine Woche her, dass wir den da hingestellt haben. Ja. So. Wir holen uns jetzt mal einen Scout. Wir haben nämlich keinen mehr, die sind beide tot. Und laufen mal mit dem Ingenieur zu den Panzern und holen da den einen ab da hier. Genau, holen Oskar ab. Oskar? Den kleinen Schniper, Schlipper. Und reparieren den Panzer. Ja, ja, ja. Medic, Medic, Medic. Ist gut. Skott. Skott. Medic kommt. Ah, dann... Ja, ist evakuiert. Sehr gut. Panzer. Der Panzer ist repariert. Sehr gut. Und der da hinten steht immer noch nervig in der Gegend rum. Wir können jetzt hier nichts weiter machen. Also stelle ich ihn jetzt einfach hier wieder hin. Ja. Weil der soll ja bei den Panzern bleiben. Ja. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, ne? Mit den Panzern vielleicht hier irgendwas machen? Vielleicht fahre ich mal mit dem Edelweiß vor, weil die haben ja jetzt richtig viele Punkte wieder. Ja, ähm... Weil wir müssen ja eh dahinten. Entweder müssen wir eine Rauchbombe machen oder wir versuchen irgendwie mit dem Mörser ranzukommen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, warum hast du denn jetzt endlich den... Weil der keinen Rauch hat. Wenn wir Rauch benutzen wollen, dann müssen wir... Ich dachte, wir wollen erst mal versuchen, die Deckung da wegzupallern. Ich sehe jetzt schon, dass das nichts wird. Also so weit kommen wir doch gar nicht. Oder? Oh, geht irgendwie schlecht aus. Wenn wir jetzt aufs Maximum gehen, so... Hier ist auf jeden Fall... Man kann's ja... Ah, da hast du was anderes. Ne, das ist aber der Panzer hier. Achso, das ist der Panzer. Das ist, glaube ich, der Panzer. Die müssten aber ja direkt dahinter stehen. Ich mach das jetzt einfach mal. Und dann war's das nämlich auch. Einer ist tot und der andere lebt noch, steht aber viel weiter hinten. Das ist also sehr gut gelaufen. Ich würde den Edelweiß jetzt aber doch wieder nach hinten fahren. Ja. Das ist so eine fricklige Scheiße hier. Das ist wirklich ein... Scheiße, ey, Leute, ich mach das nicht absichtlich, ja? Es steuert sich so kacke hier gerade an der Stelle. Okay, das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Er steht immer noch genau an derselben Stelle quasi. Toll. Ich weiß nicht, was man da besser machen soll mit diesem Panzer. Hast du den jetzt repariert mit... Der ist... Ne, hab ich nicht, aber der war schon wieder voll. Der hatte ja nur 200, 300 Schaden und die hat er wohl alleine repariert. In der Pause. Also in der Runde. Zwischen den Runden. So, jetzt ist hier hinten nur noch einer. Das ist ja an sich schon mal ganz gut. Ähm, ja. Ich könnte jetzt Claudia nehmen und versuchen, da hinten für Ordnung zu sorgen. Die ist ja nicht viel schlechter. Aber hol nicht den hinten, lass den nachher von... Entschuldige, ich bin schon da hingelaufen. Ich hätte das früher sagen müssen. Ähm... Ja, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich das so viel tun habe. Ja, ich dachte halt auch, ich hol die noch schnell. Und in dem Moment hast du es angefangen zu sagen, aber es ist ja nicht schlimm. Nur zwei Meter gewesen oder so. So, jetzt kann ich ja das hier entschärfen. Da müssen wir da nicht immer aufpassen. Nein, nicht die Repair. Oder doch? Das Arm, ja. Also die Repair können wir eigentlich auch mal. Dann haben wir da eine Deckung mehr. Weiß nicht, falls man es braucht. Oh, geht nicht. Vielleicht, weil sie nur eine so eine Sache machen kann. Okay. Oh, der Panzer, der macht mir... Der hat uns ja hier erschossen, ne? Also kann der ja hierher schießen. Das macht mir irgendwie nicht so. Ja, aber vielleicht... Ähm... Vielleicht doch nicht. Na, vielleicht hätte er sich jetzt ein bisschen gedreht, weil er geschossen hat. Wir sehen aber von hinten nichts mehr. Ja, hier bemerkt er uns schon. Merkst du das? Ich merke nix. Du merkst gar nix. Wie... Citykid, jetzt bemerkt er uns. Schade. Okay, also da kommen wir nicht weiter nach hinten. Ähm... Könnt das... Meinst du, die Granate reicht? Ne, der steht ja hinter dem Berg hier noch sozusagen, also hinten geradezu, wenn ich jetzt in die Richtung gucke, da genau wo sie hinguckt, da hinterm Berg steht, der Typ glaube ich, weil der da hinten geschleudert wurde. Sie hat ja auch gar keine Granate, oder? Doch, hat sie. Doch, sie hat eine Granate. Oder kann sie den auf den Panzer werfen? Ey, die kommen nicht so weit. Also, die Granate kommt irgendwie, die sind ja total wie kleine Mädchen beim Grundschulsport. Können irgendwie fünf Meter weit werfen. Also eine Granate... Okay, dann lauf doch mit ihr wieder zurück in Deckung. Ja. Und zwar eine richtige Deckung, nicht in so einer Halbgare wie Alicia. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, aus der Sicht sehe ich ihn. Scheiße, schieß jetzt. Kannst du versuchen mit der Maus zu ziehen? Steht der jetzt schon wieder in Deckung? Der ist doch weggeflogen. Nee, ich glaube, er steht einfach nur sehr weit weg. Okay. Ein bisschen höher? Vielleicht kriegst du... Ah, guck mal, da der Kopf. Na ja, immerhin. Ja, na, hier. Ein Fünftel schon Schaden gemacht. Wahnsinnserfolg. Wenn wir jetzt einen Scharfschützen hätten, aber der ist leider tot. Weil wir ihn vergessen haben auf dem Turm. Oh Mann. Gut, wollen wir mal ein Päuschen machen vielleicht? Ja, das klingt gut. Das dauert sonst noch so lange. Wir machen jetzt eine Pause und in der nächsten Folge versuchen wir diesen Schlamassel. Oh, wir wieder auszupacken. Wir wieder, ja. Bis dann. Tschüss.